So Freunde, wir gucken uns jetzt mal ganz neu ein Video von den Five Guys an. Five Guys, Forrest Five. Five Guys, einfach die übelste Burger-Kette. Es sind fünf oder mehr Kumpels, die einfach ja auch im Wald, in ihren Wald, glaube ich, Sachen bauen. Und diesmal bauen sie eine Blockhütte. Ziemlich, ziemlich geil. Und da wollen wir mal gucken, wie die das so machen. Die Jungs, um die mal kurz zu beschreiben, sind halt noch alle unter 18, würde ich mal schätzen. Die sind jung, brutal gut aussehen, wie die Kollegen sagen würden. Auf jeden Fall. Und haben so hier Real-Life-Guys-Vibes, finde ich. Ja, stimmt. Und mit dem Wissen starten wir da jetzt mal rein. Habt euch Bock drauf? Oha. Warum reißen die das ab? Das ist doch das andere Hütchen, was sie mal gebaut haben. Oh no. Aha, ist jetzt saftig. Dit ist doch Stock-Footage. Noch nie so einen saftigen Wald gesehen. Na, ein Baum ist gestorben, na gut. Ohne, immer schon mal ein guter Start, Alter. Stabil. Hey guys, this is going to be our new place for the Lockheaven. Aha. Ich meine, wir machen ja genau so eine Scheiße. Aber das ist ja wirklich gefährlich. Aber es ist schon sehr gefährlich, was er da gerade tut. Also hä, was haben die da gemacht? Die haben es eingesägt oder mit Kettensäge und dann von der anderen Seite ein bisschen eingepanscht oder was? Ja. Okay. Also, danke dir, Continio. Und er steckt es jetzt weg. Ja. Also, es ist ein toter Baum. Also, da wäre jetzt die sichere Methode und das haben wir ja jetzt auch. Eine Forstseilwende an den Baum und das Ding da runterratschen. Genau. Aus sichere Entfernung. Aber komm, wem machen wir hier was vor? Ey, außerdem, man weiß immer nicht, was hinter der Kamera los ist. Vielleicht stehen da auch zwei Leute, die irgendwas sichern oder gucken und beobachten. Wie bei uns immer, klar. Natürlich, bei uns stehen mal fünf Leute unsicher. Ja, sowieso. Hinter der Kamera. Sicher ist sicher. Wir sind Profis. Angeblich. Ja. Oh Gott, oh Gott. Okay, dass er jetzt noch da runterläuft, ist ja echt krass. Wo schneid's denn der gleich hin, Alter? Weil, wenn der da runterfällt, dann ist ja der Stamm noch im Weg. So, und jetzt sind wir nämlich bei einer gefährlichen Nummer. A, verstehe ich auch nicht, warum er mit der Schlagseite des Spalthammer schlägt und nicht mit der Hammerseite. Ich glaube, damit hätte er mehr Wucht. Ja. Aber ja, also, die sichere Variante wäre jetzt wirklich ein Seil rumlegen oder so ein Schlauchstahl und von der anderen Seite einfach ziehen. Aber gut. Es sieht doch voll aus, als ob die Kamera voll da dran ist. Also es ist wahrscheinlich nur ein Zoom. Das kann auch sein. Ich meine, die Kamera wird ja jetzt nicht wirklich zwei Meter da wegstehen, oder? Hoffe ich doch. Ey, komm, Gerrit, komm. Man weiß es nicht, Alter. Lustig wäre aber auch, wenn das gar kein Riesenbaum jetzt ist, sondern in der nächsten Aufnahme, man sieht, dass es wirklich so ein kleiner Stamm noch oben dran ist, weil sie es schon abgesägt haben. Ja, gut, aber... Das wäre ein Scam. Das glaube ich mal. Ey, glaube ich auch nicht. Wäre aber lustig. Oh, Alter. Und jetzt wird es sicherlich noch... Einschlag, Lauf! Und die Achsen, Alter. Und alles. Und überhaupt, und war ein echter Baum. Ja, krass. Okay, hat funktioniert, hat funktioniert. Da musst du halt echt aufpassen bei so einer Scheiße, ne? Ich meine, wie gesagt, wir machen das auch oft genug, aber du musst echt aufpassen. Aber cool ist, dass ein toter Baum war, den ihr gefällt habt. Und ein toter Mensch. Äh, nein, der noch lebt da. Das war schon, ja. Also wir können gar nicht so viel darüber lästern, weil wir machen auch so einen Scheiß eigentlich. Aber macht man eigentlich nicht. Alter, strong boys! Na klar! Was? Ey, die sind noch jung, ne? Da kannst du noch auf den Boden was machen. Da sind die ganzen Wirbel noch nicht verknöchert. Und noch gelenkig. Oh, Junge. So sandig ist der Boden da, ja? Ich staune auch. Was? Oh, schön verdichten mit dem Stock, sehr gut. Das macht viel aus, ey, tatsächlich. So, also wollen sie von dem Boden weg, logischerweise, ne? Ja. Sehr gut. Na, das werden jetzt diese Grundpfeiler sein, wo sie dann quasi ein Gerüst drauf aufbauen. So macht man es ja auch. Ja, ja. Ähm. Was eine Dreckssäge! Ja. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja. Wir haben auch mal mit der gesägt. Das ist ja schrecklich. Und die anderen Hügelsäge ist auch nicht euer Ernst. Aber gut. Oh Gott, guck dir das an. Weißt du, wo die herkommen? Wenn ich es nicht, weiß ich auch, wie ihr. Irgendwo aus Deutschland, keine Ahnung, Alter. Ach so? Ja, ja. Na, deshalb war ja auch mal die Idee da, mal bei denen vorbeizufahren. Hä, jetzt, jetzt, jetzt drehe ich ja völlig durch. Äh, 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 äh. Ja, hat uns auch mal eingeladen, ne? Stimmt, der hat es auf Deutsch gesprochen. Ich bin so dumm, ey. Ja. Also, auf Insta haben sie uns, glaube ich, geschrieben. Ey, wenn wir, ey, wir müssen den, ey, wir schenken den Silky. Eine gute Säge halt. Alter. Wenn er einen Move, ne? Genug hätten wir da ab. Vor allem, dass ihm auch keiner hilft und festhält. Die Hose habe ich an. Ist ja lustig. Ich habe die Hose an. Nein. Muss. Als Dämmung. Jawohl. Oh, nice, Alter. Damit es nicht rollt. Cool. Sehr schön. Das ist so, Alter. Diese Säden. Ey, die brauchen Wilkis. Das ist so, Alter. Jetzt müssen wir hier aber mal Detektiv spielen. Es ist ja auch so ein hässlicher Kiefernacker. Ja. Und ich glaube, die sind eher so in unseren Gefilden üblich. Vielleicht auch noch so ein bisschen. Aber so ganz im Süden, ist das da typisch? So ein Kiefernwald? Ich glaube nicht, oder? Ja. Ja. Er macht das bestimmt so, weil die Griffe auch schon abfliegen. Das fühlt man, wenn man weiß, wie das Werkzeug ist. Also wer schon mal so einen Stamm entrindet hat, weiß, was das für eine richtige Ultra-Drecksarbeit ist. Ja. Geil. Ist wirklich geil, ne? Mega. Schönen Stechbeitel ansetzen. Ja, voll. Und mit der Axt. Aber haben wir auch so immer. Macht man auch so. Mach ich auch immer so, ne? Immer schön hebeln. Ja. Ja, aber das kann man auch wirklich alles machen. Also in der Ausbildung soll es das zwar nicht machen, aber das ist echt egal, Mann. Das kann damit passieren, aber. Aha, wie dünn es da nur noch ist. Okay. Das finde ich jetzt wiederum cool. Hä, wie schnell kann der bohren? Mit Hand. Das ist ja witzig. Ein genialer Schachzug. Ein genialer Schachzug. Bisschen schnitzig-schnitzig. Das ist auch, also, wie viel, oh. Wie viel Arbeit uns dieser eine Zuschauer abgenommen hat, indem er uns dieses Nagel-Machgerät geschickt hat. Ja, diese Metallblock mit den zwei Löchern drin, ja. Das ist halt, äh, einwandfrei, das Ding. Einfach ein Segen. Ja, moin, Alter. Das ist doch geil, Alter, die Jungs machen einfach ein eigenes Haus, so. Das ist cool, oder? Schön. Aber waren das nicht mal mehr? Sind das nicht mal fünf oder so gewesen? Das waren stellenweise vier mehr sogar. Ah ja, also wie sie Zeit haben wahrscheinlich dann. Genau, das hat sich als Forest Five gegründet, also fünf Leute, die das gegründet haben, aber es waren dann halt auch manchmal ganz viele Kumpels bei. Also stellenweise waren so zehn Leute in den Videos zu sehen. Okay. Ja. Aber ich finde, so soll es auch sein, Alter, ja. Und ich fände es, da wäre es jetzt halt ultra schade, wenn da jetzt irgendein Förster oder weiß ich was nicht vorbeikommt und sagt, hier, ne Jungs, nicht machen. Also wenn es alle machen würden, wäre es dumm, ja. Ja. Aber gerade so ist doch geil, wenn sich junge Menschen so beschäftigen, so produktiv. Ja, und wenn das wirklich Privatgelände ist auch zusätzlich und die machen ja nur Totholz, also die machen eigentlich alles richtig so. Ja. Was willst du da meckern eigentlich? Ja, ich finde es einfach geil. Oh, jetzt sind ja da Kamerarbeit irgendwie Vögel abgestochen. Natürlich. Pass. Was das für eine Drecksarbeit ist, ey. Schön Moos für die Dichtung. Wir werden, was da wäre ich benutzen? Kampf? Schafsrolle? Werte gar nicht. Schafsrolle. Das ist bei uns. Hauptsache irgendwas. Geil. Oh. Mmh. 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 Sponsor bei Porsche. Der arme Akkuschrauber, ey. Auf cool angelehnt. Komm. Ey, was die machen ist cool. Die brauchen jetzt ein bisschen besseres Werkzeug. Eine GoPro 10, sag ich mal. Dann ist gut. Ja. Weißt du, wie das aussieht? Als ob da jemand auf dem Baum geklettert wäre. Ja, Digga. Ich glaube, die haben auch gar keine Drohne, oder? Die werden ja wohl keine Drohne haben. Deswegen das andere war auf jeden Fall Stock-Footage. Das war zu saftig. Ja, aber sah schon aus wie so ein Kiefernwald von oben. Ja, klar, aber guck dir die Aufnahme an. Die wackelig und so und die andere. Aber, äh, sieht wirklich aus, als ob da einer oben drauf ist. Ja, ne, die Quali ist leider. 720p haben die Jungs leider nur. Ich könnte ja fast sagen, da ist wirklich einer hochgeklettert. Mein Messinger ist auch über hochgeklettert damals, also. Was für eine Ausdauerabend. Das ist doch an einem Tag. Schaffst du dann nur drei Stämme oder so? Ja, wenn es so kommt, ja. Junge, Junge, Junge. Ich finde es so geil. Ja. Kommt durch die Holznägel. Das rollt ja dann einfach nicht weg. Das ist schon cool. Wobei ich behaupte, die Holznägel bräuchte es gar nicht. Ja, weil es so rein drin liegt. Genau. Wow. Genau. BAM! 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 Crazy, Alter! Oh, schön! Lol? Weißt du, wie das aussieht? Naja, passt schon. War es nicht, oder? Nee. Ey, die leben bestes Leben, oder was? Schön! Schön! Schön ein paar Würstchen machen. Hallo! Geil, Alter! Geil, Alter! So Leute, das war das erste Video von Forest5 Teil 1 des Blockausbaus. Schaut da gerne rein bei den Jungs. Die bauen geile Sachen, haben auch so ein kleines Dorf, sag ich mal. Richtig, ist unten alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und viel Spaß! Das war's nicht so, ja, waspannend sind die Verteidigung. Dann können wir auch noch, und bitte noch malなる waspannend zu werden. Auf Wiedersehen.